Hallo meine Lieben, da ist euer Jolanda Lein. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich in den Tag hinein oder aus dem Tag hinaus, je nachdem wann du dieses Video schaust oder mitten am Tag. Das kann eine Botschaft für dich sein, wenn du offen bist für eine neue Liebe. Ja, man nennt es auch Single-Orakel, wobei ich das so ein bisschen einschränkend finde, weil in dem Moment, wo du offen bist für was Neues, bist du wie ein Single, weil dann sendest du das aus. Ich bin frei und offen, ich bin bereit für eine neue Liebe und da spielt das Weltliche im Endeffekt keine Rolle. Es kann also auch sein, dass du dich in einer Beziehung befindest, wo du sagst, ja, das ist im Endeffekt bereit, aufgelöst zu werden oder du bist in Trennung oder wie auch immer. Also sobald dein Herz offen ist für eine neue Liebe, kann dieses Orakel für dich eine Botschaft haben. Und wir legen heute mit dem Ethereal Visions Tarot bei Matt Hughes und kombinieren dann noch mit den Runen. Die muss ich hier schon mal gleich ein bisschen näher ins Feld tun. So, ich hoffe, ihr habt eine feine Zeit gehabt, ihr lieben Offenherzigen bis hierher. Und wir schauen mal, wie die Energien sich gerade so für euch konstatieren. Da wollen wir uns erstmal die Energie anschauen, in der ihr euch gerade möglicherweise befindet. Und dann wirst du spüren, ob du in Resonanz bist oder nicht. So, da haben wir erstmal die zwei der Münzen. Und die fünf der Schwerter. So, mit der Schwert 5 kann es natürlich sein, dass du gerade einen Schmerz verarbeitest. Das kann auch eine Niederlage sein. Oder du hast das Gefühl, du fühlst dich irgendwie als Verlierer. Vielleicht kämpfst du auch um die Liebe. Das ist auch möglich bei Menschen, die vielleicht schon lange allein sind. Die versuchen, jemand Neuen zu finden über verschiedene Plattformen. Und dann macht man dies und das und jenes und ist in den Netzwerken unterwegs und, und, und. Aber immer wieder geht das Ganze mit einer Niederlage einher oder mit einer Enttäuschung oder man wird sehr verletzt. Man beginnt vielleicht eine Kommunikation, die am Ende dann irgendwie komisch endet, die vielleicht auch wehtut. Die fünf der Schwerter ist eine Kampfenergie und die Lösung der fünf der Schwerter liegt darin, das Schwert niederzulegen. Und vielleicht bist du jetzt in so einer Phase, wo du gesagt hast, okay, ich gebe auf und aufgeben bedeutet für mich, ich mache auf und lasse los. Und lasse meine Vorstellungen los, meine Erwartungen los und atme jetzt einfach dreimal tief durch. Weil wenn ich hier so weiter mache und auf diese Art und Weise versuche, jemanden kennenzulernen, bringt das nichts. Und dann sieht man auch hier mit der Münz 2, dass du hier gerade dabei bist, in ein neues Gleichgewicht zu kommen. Oder ganz einfach, dass du lernst, das Leben zu nehmen, so wie es kommt. Quasi die Welle zu surfen. Die zwei der Münzen, da geht es auch immer so um das Spielerische, um die Balance. Vielleicht hast du auch festgestellt, es tut dir nicht gut, in solchen harten Kampfenergien zu sein, um die Liebe zu kämpfen, um die Anerkennung von einem Menschen zu kämpfen oder um aus einer Kampfenergie heraus jemanden kennenlernen zu wollen. Weil ich will aber jetzt jemanden kennenlernen. Und die Niederlage war, es hat nicht funktioniert. Und du bist jetzt gerade dabei, in eine Leichtigkeit zu kommen, das Leben spielerisch zu nehmen, abzuwarten, welche Welle kommt, die dich dann tragen kann, anstatt dass es dich umreißt. So ungefähr kann sich deine Energie bezeichnen. Wenn du jetzt in Resonanz bist, dann kann dieses Orakel von dir sprechen. So, dann schauen wir mal, welche Rune da drauf liegt. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune bezeichnet diese Energie? Und ich habe die Ansos. So, und genau das passt. Das heißt wirklich kurz gefasst, Gott sitzt am Ruder. Also, dass du hier wirklich sagst, ich überlasse es jetzt dem Himmel. Dass du an diesem Punkt angekommen bist. Da ging aber ein Kampf voraus. Also Kampf in Anführungsstrichen. Also wirklich der Versuch, jemanden kennenzulernen. Der Versuch, endlich die große Liebe zu finden. Oder der mehrfache Versuch, der immer wieder Versuch. Auf sämtlichen Wegen. Es wurde wirklich alles ausprobiert. Und ständig hat man im Endeffekt den Verlust eingefahren. Etwas hat sich wieder zerschlagen. Oder man ist verletzt worden, enttäuscht worden. Kann auch sein, dass du hier eine große Hoffnung in eine Verbindung hattest. Und hast gedacht, diesmal wird es was. Und dann hat das Ganze sich wieder zerschlagen. Ist wie so eine Seifenblase geplatzt. Und die Rune Ansos, die steht wirklich dafür, dass man wirklich sagen kann, ich gebe es ab nach oben. Ich gebe es auf. Ich öffne mich für das, was kommt. Ich warte ab, welche Welle zu mir kommt. Und ich werde die Welle reiten, anstatt in ihr abzusaufen. Gott sitzt am Ruder. Dass du hier ins Spielerische gehst. Dass du ins Losleisen reingehst. Die Rune Ansos steht auch für Kommunikation. Das kann auch bedeuten, dass aktuell in dieser Phase der Leichtigkeit eine neue Kommunikation jetzt gerade entsteht. Du dir diesmal aber vorgenommen hast, du gehst da anders ran an die ganze Sache. Leichter. Lockerer. Ohne eine zu hohe Erwartungshaltung. Sondern du erwartest nichts und bist offen für alles, was von sich aus kommt. Das ist eine richtig gute Energie, weil da liegt so eine Erkenntnis drauf. So. Dann schauen wir mal, welche Energie verlässt dein Feld. Und das ist eine Energie, die schon die ganze Zeit da war. Nur so kann sie rausgehen. Welche Energie geht raus? Da haben sich auch zwei gezeigt. Aha. Ja, das ist ein Anteil von dir selbst. Mit der Königin der Stäbe bist du ja eine sehr dynamische Frau. Auch wenn du männlich bist hier als Zuschauer. Auf die Königin. Vielmehr die Königin fällt immer auf den Zuschauer, auch wenn männlich. Das habe ich hier so festgelegt, um ganz einfach in der Durcheinander zu kommen. Und die Königin der Stäbe, das ist die dynamische Frau. Das ist die Marorin. Die packt was an. Die ist auch sehr leidenschaftlich. Denn sie ist das Wasser des Feuers. Also Liebe und Leidenschaft, Lebensenergie werden ihr zugeschrieben. Das ist auch mit der Zahl 24 die absolute Mutterliebe. Es kann also auch sein, dass du Kinder hast. Oder wenn du Tiere hast, sind die wie deine Kinder. Oder du hast vielleicht auch Freundinnen, die vielleicht wesentlich jünger sind. Die im Endeffekt dein Kind sein könnten. Für die bist du halt die Mutter, die die Freundin ist. Oder bist da so ein bisschen die, wie soll ich das jetzt sagen. Das ist eine Freundschaft. Aber du hast eine große Vorbildfunktion vielleicht für eine jüngere Person. Also du bist hier schon ein sehr lebendiger Mensch, lebenslustig, lebensfroh, Vorbild für andere, dynamisch, euphorisch, energiegeladen, leidenschaftlich, gefühlvoll. Da kommt alles zusammen. Und du wuppst dein Leben. Das passt auch sehr schön hier zu zwei der Münzen. Weil als Stabkönigin kommst du immer wieder in die Leichtigkeit. Zu dir passt es eigentlich gar nicht, dass man dich so klein kriegt. Also das heißt auch, du hast hier deinen Wert erkannt. Und hast hier das, was dich verletzt hat, mit der Mäßigkeit in die Heilung gebracht. Die Mäßigkeit, Temperance in diesem Deck ist ja immer die Heilung. Und du hast einen Anteil in dir geheilt, der ganz einfach durch diese Schwert-5-Energie verletzt wurde. Und dadurch, dass du aufgegeben hast, hast du aufgemacht. Du hast dich dem Leben geöffnet, den Wellen, die da kommen. Das ist etwas, was du gerade gelernt hast oder lernst. Und dieser geheilte Anteil deiner selbst, da ist ein grünes Häkchen drunter, geht jetzt raus. Mit der Rune, da habe ich den Schaubelstuhl der Duld. Das heißt, du hast viel Geduld mit dir selbst gehabt. Und es hat sich ausgezahlt. Du hast vielleicht schon lange erkannt, was dich ausbremst oder was dich immer wieder niederstreckt. Und das als stolze Königin der Stäbe, was dich immer wieder klein kriegt. Und hast da lange drauf rumgekaut, wie du es heilen kannst und bist auch vielleicht in einem längeren Heilungsprozess. Aber diese Geduld hat sich ausgezahlt und das ist jetzt wirklich abgeschlossen. Also das, was jetzt hier so kommt, ist das, was jetzt so sein kann. Diese neue Leichtigkeit. Das kommt so auch mit dem Frühling. Wir haben Februar. Das Licht kehrt ja zurück. Die Tage werden endlich wieder länger. Und mit dieser neuen Jahreszeit, mit diesem Neubeginn, bist auch du in einer neuen Leichtigkeit. Und du siehst die Dinge nicht mehr so verbissen, sondern spielerisch. Und das ist dann auch wirklich die Kraft, die eigentlich aus deinem Herzen strahlt als Königin der Stäbe. Lebensfreude, kann man da auch ganz, ganz einfach sagen. Jetzt schauen wir mal, welche Energie kommt denn jetzt auf dich zu und nimmt Fahrt auf? Und dann sind wir mal gespannt, was uns das zu zeigen hat. Aha, da kommt er. Ist ein König gefallen. Der König der Stäbe. Und der Pasch der Schwerde. So, der König der Stäbe nimmt Fahrt auf in deinem Leben. Das heißt, hier zeigt sich eine Gegenüberenergie, eine männliche Energie, das Feuer des Feuers. Also hier kommt ein neuer Mensch. Wenn du in deiner Leichtigkeit hier bleibst und die Sache einfach dem Leben überlässt, was das Leben dir so reinschwemmt, so reinspült. Hier wird der König der Schwerder an den Strand der Königin der Schwerder quasi gespült. Also hier könnte ein perfekter oder ein passender Partner wirklich kommen. Und mit den Pagen der Schwerder klärt sich hier auch etwas. Der Page, der Schwerder, der beseitigt ja so Unklarheiten. Der klärt und der kann aber auch sticheln. Also es gibt zwei Varianten. Entweder kristallisiert sich dieser König in deinem Feld gerade raus. Er klärt sich. Er zeigt sich. Als ob er die ganze Zeit hinter einem Wolkenschleier verschwunden war. Du hast ihn vielleicht schon gespürt, aber noch nicht gesehen. Und die Wolken lichten sich. Die Wolken verschwinden. Der Himmel klärt sich auf. Und du kannst ihn erkennen. Da kommt jemand, der kristallisiert sich hier raus. Und der wird dir an Land geschwemmt. An deinen eigenen Strand. Wo du schön gemütlich in so einem Liegestuhl dir die Sonne auf dem Pelz scheinen lässt. Hast einen Cocktail in der Hand. Und auf einmal wird er dir angespült. Aha, da ist er ja. Du hast ja schon geahnt, er so kommt. Er klärt sich. Oder Variante zwei. Das ist ein Mensch, der macht vorerst stichelnd auf sich aufmerksam. Es kann sein, dass das ein Mensch ist, der dich triggert. Also den du schon bereits kennst. Oder der kann auch erst noch kommen. Also entweder kennst du den schon, weil mit dem Page der Schwerter gickst der. Der kann dich triggern in deinen Themen. Und dich vielleicht auch erst mal so ein bisschen wuschelig machen. Und du kannst dir vielleicht erst sogar denken, boah, was wird denn der jetzt? Was will er mir denn jetzt damit sagen? Und du bist gleich so ein bisschen auf Krawall gebürstet, weil er dich stichelt. Aber dieses Gestichelnde dient der Kontaktaufnahme. Also der gickst dich immer so ein bisschen an und bringt dich leicht auf die Palme. Und im Endeffekt sucht er Kontakt durch dieses Sticheln. Und deswegen kann es auch sein, dass der schon da ist. Und dann kannst du jetzt überlegen, gibt es einen Mensch, der dich so angegottet. Und wo du erst mal so denkst, nee, also das ist überhaupt nicht mein Typ. Aber irgendetwas beschäftigt, also irgendein Anteil in dir beschäftigt sich extrem mit diesem Menschen. Und irgendwie denkst du öfters als gewöhnlich an ihn und kannst auch ihn nicht vergessen. Oder du kannst einfach nicht aufhören, dich über ihn aufzuregen. Und da kommt dann auch wieder dieses Sprichwort, was ich neckt, das liebt sich. Also es kann hier jemand sein, der dich neckt. Der dich auch so ein bisschen provoziert. Der provokant ist. Also diese zwei Varianten haben wir hier. Da kannst du schauen. Vielleicht passt auch beides. Erst das eine, dann das andere. Und dieser König, der da stichelt oder dessen Energie sich gerade klärt, bringt folgende Runen mit sich. Und da habe ich nie jetzt die Lein gezogen. Weil in meinem Runenbeutel sind nicht nur die Mondrunen, sondern auch all die feinen Dinge, die mir die Community schickt. Und mit ihm kommt das Glück in der Liebe. So, und das ist eine total schöne Botschaft, wie ich finde. Kurz und knackig, zackig, auf den Punkt gebracht. Schauen wir noch die untere Karte. Du bist natürlich so, dass du erstmal die Dinge beobachtest. Es kann auch sein, dass du bereits beobachtet wirst mit der Neun der Stäbe. Passt zu dir und zu ihm. Weil hier liegt die Königin der Stäbe, der König der Stäbe. Ihr habt beide schon eure Beulen in der Rüstung. Ihr habt beide schon viel erlebt im Leben. Ihr seid geschliffen. Jeder ist so, wie er ist. Ein facettenreicher Brilli. Und es kann sein, dass man sich hier erstmal, also dass man so um sich rumschleicht. Bevor man sich dann schlussendlich aufeinander einlassen kann. Das ist die Karte des Beobachtens. Und hier macht sich jemand Gedanken über dich. Jemand denkt an dich. Dann hier diese Binde um den Kopf. Das sind so auch die verbundenen Gedanken. Aus der Komfortzone heraus, wo man schon all die Lebenserfahrung gesammelt hat. Die ganzen Beulen in der Rüstung. Den ganzen Schmerz, den man schon geheilt hat. Aus der Komfortzone heraus beobachten. Bevor man sich hier vorschnell einlässt. Das Schleichen um den heißen Brei. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Ja, da wünsche ich allen, die hiermit in Resonanz gehen können. Von ganzem Herzen ist absolute Glück in der Liebe. Weil das kündigt sich hier unter Umständen an. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Like, ein Abo oder einen lieben Kommentar da lasst. Das tut mir immer gut. Damit könnt ihr mir was zurückgeben. Und ansonsten sage ich mal einen dicken Kuss. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer JunandaTV. Yoer JunandaTV. Vielen Dank.